Willkommen im Bereich der Rifra Küchenkollektion. Rifra Küchen werden in unserem Werk in Lesmo Brianza hergestellt und entsprechen in Qualität und Design dem besten Made in Italy. Rifra Küchen zeichnen sich durch anspruchsvolle Oberflächen und modernes, elegantes Design aus. Die mit viel Liebe zum Detail gefertigten Rifra Küchen sind ein Meisterwerk des italienischen Designs. In diesem Bereich der Website können Sie unsere fünf Kollektionen entdecken. Die One Küche ist einzigartig und die exklusivste Küche auf dem Markt, die ganz im italienischen Stil gehalten ist. Die One Kollektion zeichnet sich durch die Insel aus, die der eigentliche Star des Hauses ist. Die One Insel zeichnet sich durch ihre 45-Grad-Schnitte um den gesamten Umfang der Küche aus. Arbeitsplatte, Seiten und Boden. Die Türen sind auch an den Außenseiten im 45-Grad-Winkel geformt, um das typische One-Kollektions-Design zu schaffen. Die Detailgenauigkeit ist auf höchstem Niveau. So schließt beispielsweise die Seitenwand nahtlos an die Arbeitsplatte an, ohne sichtbare Fugen oder Bearbeitungen. Der Sockel ist nur sechs Zentimeter hoch und zudem in einem Winkel von 45 Grad geformt, sodass die Insel zu schweben scheint. Die Cube-Küche von Riefra zeichnet sich durch ein Design ohne Fugen und Griffe aus. Die Philosophie des Cube-Projekts basiert auf dem Entwurf einer Küche ohne jegliche Unterbrechung des Volumens. Die Cube-Insel präsentiert sich mit Türen, Seiten und Arbeitsplatte, die sich dank der extremen Präzision der Verarbeitung miteinander entwickeln und integrieren. Die Cube-Küche verfügt über ein exklusives spezielles Innenteil, das keine sichtbaren Auszugsschienen hat, sondern in den Schubkasten integriert ist, der komplett aus Holz besteht. Der 45-Grad-Sockel vervollständigt das klare Design der Cube-Küche. Die Fly-Kollektion zeichnet sich durch ein zeitgemäßes Design mit einer 30 Grad geformten Platte und 45 Grad geformten Türen aus. Diese beiden Faktoren schaffen ein Volumen, das durch eine maßgefertigte Fräsung ausgefüllt wird, die die Unterschränke mit der Arbeitsplatte verbindet und so ein elegantes und edles Design ermöglicht. Die Leinküche ist eine Küche mit einem klaren, zeitlosen Design. Die Platte und die Türen sind im 90-Grad-Winkel geformt und die Küche ist mit einer Aluminium-Fuge versehen, die je nach Geschmack und Wunsch des Kunden mit den Mattlack-Farben von Rifra gestaltet werden kann. Die Kollektion Zero präsentiert Rifra-Küchen mit einem Griff. Elegant geformt auf der Innenseite der Türen. Entwickelt sich der Zero-Griff im Verhältnis zur Breite der Tür selbst und ermöglicht ein einfaches und bequemes Öffnen der Küchenschubladen, ohne auf eine moderne Designerküche im Haus zu verzichten. Entdecken Sie unsere Küchen, indem Sie in diesem Bereich der Website navigieren. Um sich mit uns in Verbindung zu setzen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus oder fordern Sie den kostenlosen Online-Planungsservice an, den Sie auf dieser Seite finden, um von einem unserer Designer während der Planungs- und Kostenvoranschlagsphase Ihrer Küche begleitet zu werden.